Peng Peng Bro, Tato Gang, was geht ab? Ja Freunde, das ist heute das letzte Video auf diesem Kanal. Dafür, tschüss den neuen Kanal, Leute! Leute, abonniert den neuen Kanal, da wird so viel kranke Sch*** abgehen, oh mein Gott. Wir haben so Bock darauf und wir werden so viele Videos produzieren, ey, darf aber erstmal einen Check hier, ey. Das ist natürlich nicht das letzte Video hier auf Bro Tato, es ist nur das letzte, was nichts mit Fußball zu tun hat. Ganz genau, denn hier auf dem Kanal kommt nur noch Fußball oder alles, was mit Fußball zu tun hat. Oh yeah. Und unsere 100k Wette, Leute, die besteht immer noch. Wir haben dieses Jahr noch Zeit, um die 100k auf der Bro Tato Gang. Bro, die haben schon krass vorgelegt, ey, wir haben schon so fast 30% geschafft oder so, kann man was sagen. Ja, ein Viertel auf jeden Fall, also 7, 8, 12, 9. 70% oder so und dann habt ihr es geschafft und dann gehen wir zum Tätowieren. Dann lassen wir uns tätowieren, Leute. Leute, ihr habt noch über zwei Monate Zeit, ey. Ey, es wird so easy, man, wir hätten direkt auf die Mille gehen sollen. Leute, macht die Abos voll und ja, es wird eine geile Zeit. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wir werden euch auf jeden Fall überall mit hinnehmen. Also, abonniert Bro Tato Gang, Glocke aktivieren, das ist ganz wichtig, Leute, das ist ganz wichtig. Wer die Glocke nicht aktiv hat, der ist nicht cool. Da kommen dann montags, mittwochs und freitags Videos. Und hier kommen dann dienstags und sonntags, würde ich sagen. Habt ihr fünf Videos, die wir uns verfolgen haben? Oh mein Gott, fünf, das ist ja sogar noch ein Upload mehr als sonst. Oh mein Gott, ey, wir geben euch echt so viel zurück, ey, das ist ja unglaublich. Und dafür könnt ihr uns auch mal auf Insta abonnieren, oder Leute? Da würden wir auch sehr gerne die 50k knacken, ey. Ich meine, das ist doch nicht so egal. Ja, 50k, aber das schafft ihr doch wohl, ey. Ja, ey. Wir müssen uns doch erstmal auch irgendwann zu den 100k entwickeln, ne. Und dann macht doch wenigstens mal die 50 voll. Danke dafür. Ed Bro Tates, ihr wisst Bescheid. Da kommt ja auch im Moment sehr viel Inhalt, muss man sagen. Boah, da kommt Baba-Bilder. Ey, ich glaub, wir haben gerade eins hochgeladen. Da könnt ihr euch jetzt mal leichter lassen, oder? Jetzt zeigt das Komme. Pass auf! Okay, klar, ist gut. Ja, du siehst halt ein bisschen aus wie Ufo361, kann man sagen, ne? Ja, 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 ja. Also abonniert den Kanal, bitte. Lasst hier auch euer Abo noch da. Ich meine, für euch macht es kaum einen Unterschied. So, ihr habt jetzt noch mehr Videos von uns. Coolere Videos. Und wir müssen auch noch eine Sache sagen. Das Ganze ist kostenfrei. Was? Echt? Das ist ja immer was ganz Neues. Mein ganzes Leben dachte ich YouTube-Abos kosten, was? Ja, sehen. Nur Schwungkosten. Und WLAN-Gebühren und sowas. Dann könnt ihr ja direkt mal zwei Abos da lassen. Auf jeden Fall. Okay, genug gelabert, Leute. Jetzt haben wir hier für euch zum Abschied praktisch. Und als kleine Vorfreude für den neuen... Der ist am Ende. Wir haben ein kleines Best-of vorbereitet für euch. mit den coolsten Momenten aus den vergangenen Videos, die ihr dann bald alle auf Brotato-Gang sehen werdet. Von uns beiden und ganz vielen anderen Leuten, die in der Gang sind. Ihr wisst Bescheid. Film ab. Oder nicht? Ja, film ab. Okay. Dann nochmal. Film ab. Peng, 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 peng. Peng, peng, Brotato-Gang. Und jetzt machen wir direkt mal auf, was ihr euch heute warnt. Projekto-Gang, ihr seht. Alter. Jeder hat 50 Schicksal jetzt. Kann man schon. Käse. Käse. Wuuuuh! Sooo! Wuuuuh! 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 Hallo! Einer, Einer, Hund... 100 Chicken Mcluggets bitte. Ich sage 5 Minuten, sage, das geht nicht. there 12 11 15 15 15 15 15 16 Ah! Drin! Drin! Drei, zwei, BOW! NOOOOO! Oh my God! Oh my God! Brusty, klein de cola!